Willkommen zu diesem Let's Play von Dishonored 2. Ich muss sagen, ich habe es mir jetzt extra noch nicht angeguckt vorher. Bei Dishonored 1, was ich sehr gerne gespielt habe, war ich auch auf Preview-Events und wusste relativ viel vorher schon, was mich erwartet. In diesem Fall ist es nicht so. Ich habe ein paar der Videos und Live-Action-Trailer gesehen. Und wir springen jetzt einfach gleich mal rein. Ich wollte 15 Minuten machen. Ich gehe mal davon aus, da das hier Bethesda ist, dass es wohl ein bisschen länger dauert. Weil ich keine der Zwischensequenzen überspringen will und einfach dafür sorgen will, dass ihr einen vollen Einblick kriegt. Das Tutorial spiele ich in diesem Let's Play jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich wichtig ist, wenn es nur darum geht, dass ihr einen Einblick da reinbekommt, wie Dishonored 2 sich spielt. Review kommt am Freitag. Let's go! Na klar, starten wir mit einer Cut-Szene. Das wollen wir uns erstmal in Ruhe angucken. Ja, das ist schon so ein bisschen wie beim ersten Teil. Die Welt ist schlecht. Ach ja, stimmt. Man spielt ja zwei verschiedene Charaktere. Entweder Corvo oder Lee. Ja, das war der erste Teil, oder? Ich glaube schon. Ja, das war's. Jetzt, wir haben eine neue Krise. Ein Monster, das die Bibel haben, die die Verkaufs genannt, hat mich abgeholt, und sie sich um, wie mein Vater und ich sind. Ah, jetzt geht's los. Sehr schön. Ah, bewegen kann ich mich noch nicht, okay. Da unten Skip-Button heißt auch wieder, wir dürfen noch nicht selber spielen. Mal schauen, wann es losgeht. Die Imperiere Majestät, Emily Caldwin. Loyal Subjekte, wir gehen durch eine schwierige Zeit, aber heute, wir honorieren meine Mutter, die late Jessamine Caldwin. May ihre Erinnerungen survive through the ages. Emily. You look tired, Father. Every year, I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the crown killer, eventually. People are saying it's you. That these assassinations are a misguided effort to protect me. No. Someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your knights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal Protector and Father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. Royal Protector and Father. Your Majesty, before we begin the day's observances, we have an unexpected visitor, the Duke of Serkonos. Ramsey says the Duke is bringing special gifts. That's intriguing. Disgrace Luke Abel, Duke of Serkonos! Mechanical Soldiers? Fantastisch! Was ist das, Ramsey? Ich habe diese Dinge nicht gezwungen. Ihre Imperiale Majestät und Royal Protektor, Corvo Etanl. Ein Nativ von unserer Home-Land. Sekonis wünscht dir die Bedürfnisse auf dieses Sorrowful Day. Und Gifts, um dich zu erzählen von unserer Nation. Die Stahl auf dem Süden Horizont. Irgendwie mag ich den jetzt schon nicht. Meine Güte. Für ein schwieriger, komischer Typ. Aber ganz geile Roboter haben wir am Start. Aber im Video haben wir es ja schon gesehen manchmal. Wer ist das denn? Alter, was ist das denn für eine hässliche... Boah. Na klar, und übernimmt sie die Macht. Da wird doch keiner mitmachen, das ist doch lecker. Boah, ist die furchtbar. Ganz ehrlich, kann ich die bitte gleich töten? Bewegen kann ich mich noch nicht. Ah, jetzt kommt es zum Kampf. Uh, endlich geht's los. Haha. Oh, fuck. Ah, jetzt kann ich mir aussuchen, als wäre ich spiele. Ah, jetzt kann ich mir aussuchen, als wäre ich spiele. Ja, hab ich angeklickt. So, mal sehen, was da jetzt passiert. Ach so, ich dachte immer von den Trailern her, dass man entweder oder die ganze Zeit spielt. Also, dass man immer wechselt in die Mission, aber sieht nicht so aus. Ja, das ist spannend. Vielleicht kann ich auch bald mal selbst was machen. Ich werde die Frau Emily in ihre Zimmern locken. Und dann bringe ich sie in die Kulturen, bis sie in ihre Türen. Mein Vater hat alles verloren, als ich ein Juni war. Und jetzt habe ich dieses Uniform. Und ich sende 20-Jährige raus, um die Rose-Gardens zu betrachten, statt mit den Männern aus dem Club. Kapitän Ramsey, ich hörte ihn. Lady Emily! Was ist passiert? Das wird alles, Kapitän Mayhew. Nein! Das ist die Royal Protektorin's fancy Weapon. Was für eine Art von Schweden fällt in die Hand? Das ist die Wahrheit. Es gibt eine Liege in der Kulturen, über die Frau die Frau, die Sie in der Kürzeln halten, eine Welche Maske in der Kürzeln, die genug Geld zu kaufen, um eine gut gezeichnete Straße zu kaufen. Sie sagen, dass dieser Ring ist eine der einzige Kürzeln zu existieren. so endlich gucken kann ich hier gleich jemanden abschlachten blablabla das ist doch wieder typisch wahrscheinlich richtig geil für die geschichte aber interessiert mich jetzt gerade nicht was er was hier sonst so geht vielleicht kommen wir hier raus äh breakable door die Schlüssel habe ich natürlich nicht praktisch so toll und wo ist jetzt der scheiß Schlüssel ach so ja klar ich habe ja gar nicht volles Herz und esse ich ein bisschen was ich kenne hier nirgends wo ran wo ist denn der scheiß Schlüssel ist die Schreibmaschine vielleicht irgendwie so ein Code Ding muss ich denn mal ausprobieren ne kann ich irgendwie gar nichts machen scheiße ja toll wie komme ich jetzt hier raus auch super im Schiff vielleicht ne kann ich auch nicht anklicken ach das Fenster geht jetzt oder was mal schauen ah hier wunderbar ach da ist meine Freundin Leibwächterin okay also muss ich den Schlüssel irgendwie wiederfinden aber ich habe eine Waffe ich habe eine Waffe sehr gut ich muss immer noch raus die Mission ist oben ja witzig haha toll sonst bräuchten Schlüssel wer hat doch der Typ geklaut also ich muss in den Turmsaal ah da ist er den schnapp ich mir ah Schlüssel sehr schön aber der muss trotzdem dann laufen ach Mist jetzt sind vielleicht hätte ich ihn doch gleich killen sollen mal schauen so wo muss jetzt hier lang ja ich muss ne muss doch ein Stockwerk tiefer ach ist alles nicht so einfach hier mal gucken glücklicherweise wenig wenig Wachen hier oh da ist noch einer oh da ist noch einer der kriegt jetzt aber richtig aufs Mord yes nicht dass der wieder aufwacht und mich nachher noch nervt also entweder killen oder bewusstlos machen ich gleich warte erstmal während er redet aber ich komme mir bloß nicht zu nahe sonst bist du nicht tot ja ihr könnt so viel grüßen wie ihr wollt die jetzt kommt jetzt kommt er jetzt kommt er warte ich hier in den Schnappchen doch scheiße ist die Schliebacht oder ist natürlich die Wache scheiße aber erst ich glaube ich habe ich war mal wenn ich noch einer da die muss ich aber schlafen wenn der jetzt gleich noch andere Wachen wurde mich richtig schon wo bist du da bist du so wo ist denn der Typ jetzt äh pfff weil wir stehen habe ich ihn? ja also da ist der Ring ja hab ich fast vergessen so das ist das ist doch der Schlüssel den brauche ich auf jeden Fall mal gucken ist hier sonst noch was anytime der room na so dann sozusagen gehen wir mal nach oben ich glaube wir sollten schnell machen Ich habe auch kaum noch Energie irgendwie. Ist nicht so gut. Yes. Perfekt. Mit dem Ring geht er schon. Schön hier, aber Zeit habe ich nicht. Aber ich mache lieber die Tür zu, nicht, dass da noch irgendwelche Wachen mir hinterherkommen. Du weißt ja nie. So. Ich brauche mal was zu essen. Meine Energie. Das sieht gut aus. Am, am. Sehr gut. Flasche. So, sind wir hier. Ja, sehr gut. Eine Pixie, ist immer gut. Ah. Eine Pistolle. Ich mag ja Steampunk. Ich mag diesen Style. Sehr geil. So. Da ist die Maske. Warum soll ich im Tor bleiben? Ich hau lieber ab. Okay, die ganzen Straßen werden voll mit Wachen sein. Was natürlich ein bisschen ungeil ist. Ich weiß nicht, wie viel Munition ich habe. Ja, ja. Ganz schön lange Ladezeiten hier. Mal gucken. Mal gucken. So. Daher übrigens, wenn ihr das das erste Mal spielt, werdet ihr euch wundern. Also Dishonored 2. Wenn ihr eine Pistole habt, mit links schießt ihr. Mit rechts schießt ihr. Mit links benutzt ihr euer Schwert. Und mit Control wehrt ihr ab. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Weil ihr immer zwei Sachen so tragen könnt. So. Mal gucken. Ah, da muss ich runter. Ja. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Oh, ich bin zu blöd, ey. Wieso stirbt denn der nicht durch den Schuss? Na, ist da was dabei? Da muss ich hin, das ist gar nicht weit weg, die Docks. Nur mal schauen. BAM! Komm schon. Ah, sehr schön. Den hat es gleich erwischt. Hä, und jetzt hat sie nichts gebracht, oder was? Hä, warum? H. Auch geil. Wie sie ist? Na, super, dass 504 Waren sind. Auch geil. Oh shit! Oh shit! Ich glaube, wer jetzt kommt. Woah. Ah, ha, ha. Ich muss nicht weg hier. Ich muss nicht lang. Ich muss zum Hafen auf jeden Fall. Boah, ey, hier ist was los. so den habe ich das nächste war es mir zu viele verstecken stecken ist ja typisch erst habe ich noch ein ich habe kaum noch energie das ist ja super nahe kommt schon die folgen mir auch die ganze ort super ich sehe die ganze zeit diese komischen blitze hier da muss ich hin wie komme ich am besten runterlaufen dann schnapp ich mir noch schnell überall wachen ich springe ins wasser jetzt aber schnell das wasser ich hoffe das geht dass ich da einfach so rein kann kommt schon kommt schon kommt schon jetzt sie sieht aber auch ein bisschen fertig aus die liebe dame anton sokoloff we learned something scary down in the south and i came to warn you i know anton but corvo's gone the duke of sir konos is here with a woman named delila die massacred everyone in the throne room and she did something i can't explain there was nothing to do but run sometimes that's all you can do this is my ship the dreadful whale we can head out as soon as you're ready ok dann machen wir hier erstmal schluss und im review am freitag gibt es ein bisschen mehr like gerne kommentiert und nicht vergessen zu abonnieren bis zum nächsten mal we james m m m m m m m m gone m m m m m